Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir werden heute das Thema Schläuche aufnehmen besprechen. Und zwar, ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Übungsdienst, aus dem Einsatz. Ihr habt ordentlich Schläuche verlegt, wie in diesem Beispiel S-B-Schläuche und ihr müsst die nach dem Einsatz oder nach der Übung natürlich wieder aufnehmen. Da stellt sich immer so eine gewisse Begeisterung ein, wenn man dann so ziemlich weit guckt, jetzt schnäuche ich nicht lang. Ich werde gleich mal ein Bild einstellen für euch. Ich bin ja richtig begeistert, weil wir sind an einer Alarmübung und ich sehe nur unseren Schlauch. Wollt ihr mal sehen? Da hinten. Die ganze Kacke können wir gleich aufrollen. Ich bin richtig begeistert. Ich freue mich. Es gibt nichts Schöneres als zu denken, dass es ein echter Einsatz ist, sich in die dicke Kleidung reinzuwerfen. 30 Grad und Schläuche rollen. So, man kann die Schläuche jetzt gleich von Hand aufnehmen, wie ihr es auch kennt. Das werde ich jetzt mal kurz für euch nur mal vormachen ungefähr. Ich kann es natürlich auch nicht mehr richtig kurz mal vormachen, wie man so einen B-Schlauch normalerweise aufwickelt. Das Besondere bei uns ist, wir gehen die danach immer zum Prüfen und zum Reinigen. Das heißt, wir müssen die einfach aufwickeln. Im Fahrzeug liegen die Schläuche doppelt gewickelt. Das heißt, man legt die erst mal auf die Hälfte und wickelt die dann auf. Wir müssen die, damit sie in eine Reinigungsmaschine gut rein können, einfach aufwickeln. Das heißt, ich würde jetzt diesen Schlauch für euch aufnehmen. Los geht's. So, ich nehme das jetzt für euch hier so auf. So, da gibt es ja mehrere Varianten. Entweder so eine Hand aufwickeln. Natürlich auch der Hinweis, ganz kurz auch beim Schläuche aufwickeln. Tragt normalerweise bitte einen Helm und persönliche Schutzausrüstung. Ich habe vom Gruppenführer von mir selber gerade ein Buffet gekriegt, dass ich es nicht brauche. Man kann ja unter bei Menschen Rettung und beim Buffet vom Gruppenführer auf UVV im Rahmen verzichten. Also entweder so oder wenn es so schwer wird, kann man auch auf dem Boden das einfach rollen. Ihr seht, bei dem Wetter kann das auch anstrengend sein. Gut, also das ist natürlich anstrengend und es macht auch wirklich nicht viel Freude. Ich selber wickele auch mit Schläuche, auch als Gruppenführer. Aber es gibt eine Erleichterung, und die teste ich heute. Das soll jetzt hier auch keine Schleichwerbung sein. Ich habe jegliche Werbung von dem Ding entfernt. Und wir wollen überlegen, uns so ein Ding zuzulegen. Und jetzt werde ich das versuchen, mal mit dem Schlauch mit aufzuwickeln, ob das eine Arbeitserleichterung ist oder nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und ich habe noch nichts getestet. Ich habe es nur zusammengebaut. Das war relativ einfach. Also ich muss es noch richtig hinstellen. Ich habe gesehen, man kann das hier so einhaken. So, man kann diesen Griff jetzt abnehmen. Hier unten ist noch so eine Führung. Ich denke mal, das ist hier für C- oder B-Schläuche geeignet. Und ich würde sagen, ich lege jetzt mal den Schlauch ein. Keine Ahnung. Ich lege es einfach mal irgendwie so rein. Hier fähre ich das jetzt mal durch. Und jetzt kurbel ich einfach mal los. Und ihr seht doch wunderbar, wie der Schlauch von hinten kommt, ne? Okay. Man kann hier nochmal vielleicht einen Fuß drauf stellen und los geht's. Ey, das sieht ja aus wie geleckt. Da kommt Freude auf. Sehr geil. Mal so fehlt mir jetzt die Sonnenbrille. Sehr geil. Oder? Das geht. Hammer. Finde ich gut. Ein Marino. Iha. Bleibt euch stehen. So. Na. 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 Ach nicht. So. Okay. Bisschen Fuß drauf ist lieber. Also das geht echt einfach. Und ich glaube auch, ich behaupte mal, man könnte auch zwei, wenn nicht sogar drei Schläuche aneinandergekuppelt herziehen und Freude haben. Kurz am Ende aufpassen, weil da ist die Führung hier. Zack. Hochkurbeln. Fertig. Also ganz ehrlich, top. Das wäre sonst anstrengender, glaube ich. Super. Wie gesagt, das geht auch hier passend für Zeh. Okay. Ach komm, wir machen mal einen Zehschlauch. Hauen wir mal raus. Sieht mich, alle Schläuche, die sollten gerade in die Reinigung gehen. Rutscht auch nicht durch. Wenn ihr jetzt von hier mal guckt, seht ihr, ist jetzt eine andere Führung drin. Okay, supi. Und dann. Ist doch geil. Oh. Vorfühleffekt. Haben wir so viel Schwung ausgeworfen. Hier raus. Also ich weiß auch, wenn ihr die Umlenkung da unten... Ich hätte jetzt gedacht, dass er viel mehr neigt zum Umkippen. Aber dadurch, dass die Kraft um gelenkt wird, wird da geil. Also. Ich freue mich darauf, den Film meinem Ortskummer nur zu zeigen, weil ich glaube, das werden wir wohl nehmen. Ist eigentlich idiotensicher. Und ja, klasse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen gleich weiter mit dem Ding. Der hat nämlich noch eine Funktion. Das gucken wir gleich im Anschluss. Wie man damit ein Schlauchpaket machen kann. Willi muss es mal ein bisschen zur Luft kommen, weil es sind irgendwie über 30 Grad und es ist wirklich ein bisschen Tauwetter gerade. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Euer Feuer Willi. Wir werden ja, ska ich sein. Dann, ebenso, woher weinig. Ich bin ein bisschen da, bis der Luft kommen. Oder bitte. S Stories.